Hallo ihr Lieben, ich möchte mit euch heute die Whiffbox für den November auspacken. Ich bin total geflasht, warum? Weil die Whiffbox diesen Monat einen Wert von über 90 Euro hat. Hier ist das gute Stück. Jeder, der sie nicht kennt, die Whiffbox ist ein Überraschungspaket, gibt es jeden Monat neu, kommt immer am 1. des Monats heraus, kostet 50 Euro und hat immer einen deutlichen Mehrwert. Und es sind immer exklusive Produkte drin, die es so von Sensi nicht zu kaufen gibt. Diesmal sogar sehr, 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 sehr viele. Wir starten mal. Das erste, was ihr immer dabei habt, ist ein ganz süßes Anschreiben. Ich finde es immer toll, weil es auch so ein bisschen Einstimmung gibt auf die Box, finde ich super schön. Und Festtagsdüfte für jeden ist das Thema dieser Whiffbox für den November. Hinten steht drauf, ihre Whiffbox für November enthält sorgfältig ausgesuchte Produkte für eine stimmungsvolle Saison. Minze, Nelke und Tanne. Diese klassischen Weihnachtstüfte werden mit neuen Duftnoten wie Salbei oder rosa Apfel gepaart und neu entdeckt. Die festlichen Überraschungen in dieser Box werden begeistern. Und zwar nicht nur die Erwachsenen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist nämlich ein super schönes Kinderprodukt dabei. Ich fange an mit einem nicht ganz so spektakulären Duft. Das weiß man eigentlich immer. In der Whiffbox ist immer der Duft des Monats, des darauffolgenden Monats drin. Und es ist diesmal Snowflakes und Sarge aus der hölzernen Richtung. Ich finde den super angenehm. Duft des Monats Dezember. Es ist ein ganz frischer, waldiger Duft. Finde ich richtig, richtig geil. Superschön. Ist in der Whiffbox mit drin. Und ihr findet in der Whiffbox noch einen zweiten Duft aus der Kollektion Düfte der Saison. Merry Wonderland. Und es ist pinker Apfel oder rosa Apfel. Auch mit Tanne. Ein fruchtig-hölziger Duft. Also auch richtig, richtig geil. Die absolut super in diese Jahreszeit reinpassen. Finde ich mega gut. Gut, dann haben wir dabei ein Raumspray. Das gibt es eigentlich nicht in dieser Sorte. Ist aber exklusiv in der Whiffbox drin. Und zwar Silverbelts. Kann man es lesen. Es spiegelt ein bisschen wegen dem Licht. Silverbelts Raumspray. Finde ich auch geil. Ist so ein bisschen minzig. Liebe ich. Oh Gott, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich anfangen soll. Ich fange damit an, weil es ist so hard fire. Eine Bodycream. Ich liebe die Sensi Bodycream. Die ist so fest. Also man merkt richtig, dass ein ganz, ganz niedriger Wasseranteil dabei ist. In dem Duft Swirling Snowflakes. Das gibt es auch aktuell in so einem Körperpflegeset in der Feiertagskollektion. Ihr findet alles auf sichereduftlampen.de. Und das hier gibt es jetzt eben einzeln in der Whiffbox. Finde ich richtig gut. Und jetzt fange ich, ich fange mit dem an. Ein Bodyclip ist dabei, den es einzeln nicht gibt. Und zwar River the Reindeer mit dem Duft Cherries Jubilä. Und schaut mal bitte, wie süß er ist. Den könnt ihr an die Handtasche hängen. Ihr könnt ihn ins Auto hängen. Ihr könnt ihn eigentlich überall hinlegen. Ich finde ihn super, super süß. Ich mag auch den Duft unglaublich gern. Der riecht hier ein bisschen softer als als Wachs. Das ist wirklich dieser Duft, der für mich wie diese M. Eukal Hustenbonbons riechen. Also finde ich super süß. Er hat übrigens eine kleine Jacke an. Also das ist River the Reindeer. Auch ganz exklusiv eben diesen Monat in der Whiffbox. Die Whiffbox findet ihr natürlich auch auf sichereduftlampen.de. Und jetzt kommt eins, finde ich super geil. Viele von euch wissen ja, dass ich sehr, sehr viel Auto fahre. Und das ist ein Porzellan Ornament. Das ist so eine neue Reihe bei Sensi, die jetzt immer so kollektionsweise rauskommen. Das Porzellan Ornament mit dem Duft Very Snow Spruce. Also ein absolut geiler Winterduft. Oh Gott, der riecht dann so richtig schön nach Tanne. Und es ist halt auch eine Tanne. Und deswegen finde ich, passt es so gut. Und das ist für den Spiegel am Auto gedacht. Eine Tanne. Finde ich richtig schön. In Porzellan oder aus Porzellan. So schaut sie aus. Und ist eben der Duft Very Snow Spruce. Und das alles habt ihr in der Whiffbox für 50 Euro. Also auch gerade für Leute, die Sensi vielleicht schon haben, sich aber an andere Produkte noch nicht so ganz dran trauen. Finde ich das eine super schöne Gelegenheit, einfach mal neue Sachen auszuprobieren. Und dadurch, dass ihr so viel Mehrwert habt, ist das echt eine super Sache. Das war unsere Whiffbox für den Monat November. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. Seit schnell, letzten Monat, war die Whiffbox ausverkauft. Weil sie eben auch ganz exklusive Produkte drin hatte. Und wenn ihr die bestellen möchtet, meldet euch gerne bei mir oder schaut auf sichereduftlampen.de Und da findet ihr alle Infos dazu. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Ich verdufte. Bis dann. Ciao. Ciao.